Hey Leute und willkommen zu mir auf viewer.lp zu einem kleinen spontanen vlog und ja ich wollte euch einfach mal sagen und zeigen was ich in den letzten tagen so gemacht habe weil es ist wirklich viel passiert und auch wirklich viel von meinen handeln was ich in den nächsten tagen und wochen machen werde wird sich dadurch jetzt vielleicht ein bisschen besser erklären ich werde die let's play ein klein wenig einschränken weswegen in den letzten tagen auch nicht so viel gekommen ist und habe mir da so einiges überlegt ich hatte euch ja angekündigt dass ich gerade solche formate wie eben das hier die vlogs wenn das funktioniert momentan eher schlecht als recht weil das irgendwie noch nicht ganz so bei mir angekommen ist dass ich daher öfter meine kamera markt mal mitnehmen müsste oder beziehungsweise öfter mal einfach mit laufen lassen müsste und das noch ein bisschen ungewohnt ist aber das ist ja erstmal egal was ich euch eigentlich sagen wollte wir waren vorgestern bei chappy dem social movie night event in berlin und haben dort wirklich viele leute getroffen wir haben natürlich le floyd robert von dvd kritik die jungs von future alexi bexy und noch viele viele mehr getroffen es waren wirklich viele große youtuber da und oh gott habe ich mich gefreut und ich habe sogar ein autogramm von le floyd mir geholt ich weiß autogramme und youtuber ja irgendwo ist sind es natürlich vorbildern vorbilder sind feine meine star funktion irgendwie so ein bisschen keine ahnung warum könnt ihr mir einfach mal schreiben ob ihr auch vorbilder habt ob ihr auch leute habt wo ihr total ausrasten würdet wenn ihr die leute sehen würdet ich weiß nicht für mich ist so die leute sind für mich nicht unbedingt stars es ist einfach diese diese art von vorbild wo man sich gerne daneben stellt wo man gerne mit den stunden lang quatschen würde und ich finde es einfach genial was le floyd auf die beine gestellt hat was er erreicht hat ich fand es nur schade froh war natürlich auch da er stand ein bisschen abseits und hatte aber auch viel zu tun also ja wie gesagt ansonsten der abend richtig geil gewesen und da wir bemerkt alle nichts zum schreiben mit hatten bzw außer die die es schon kannten ich bin ja davon voll ausgegangen dass die dort auch was zum schreiben haben und alles drum und dran mit stiften waren sie bewaffnet aber der rest hatte gefehlt drinnen haben wir dann etwas bekommen wo ich mir dachte so na warum nicht er drin haben wir dann diese masken wartet diese masken hier bekommen und zettel wo draufsteht was wir alles unter welchen hashtag videos und bilder dazu posten können deswegen was macht man wenn man nichts zu schreiben hat man nimmt sein telefon das genau in diesem moment auch noch losgeht und habe hier hinten ein wunderschönes autogramm ja so rum von der floyd bekommen und das habe und das mache ich mir jetzt in den nächsten tagen richtig fest macht dann noch macht dann noch alles drauf dass das ja nicht vermischt das wäre echt schade drum und naja darauf wollte ich jetzt gar nicht so rumreiten wie gesagt aber es war richtig gut organisiert auch wenn es natürlich ein bisschen nervig war bestandene stunde draußen also wir sind 18 uhr ging das los 17 uhr waren wir da am cubix am alex das ist das große sinister das wirklich aussieht wie ein riesengroßer schwarzer würfel und what the fuck wie viele leute waren dass wir standen dann oben nachdem wir reingekommen sind wir standen wie gesagt wirklich von 17 bis 18 uhr standen wir da es war aber auch okay guck guckte guckte dann oben raus weil wir oben weil wir dann schönen überblick hatten bis ganz nach hinten die standen wirklich gefühlte 500 meter weit weg alter ich kann das gar nicht beschreiben dass das war so krass wo die leute rauskommen sind wir standen da flo hat sich oben hat sich oben hingestellt hat uns zugewunken das war richtig geil einfach nur einfach nur perfekt den tag vorher ist immer natürlich ein bisschen eher da gewesen aber richtig toll richtig toll kann man nichts kann man nichts anderes zu sagen und ja wir werden mal sehen was die nächsten tage so auf uns zukommt was jetzt alles passiert bei mir ich muss gucken wie alles funktioniert natürlich ist das alles momentan noch so ein bisschen ja mit vorsicht zu genießen weil ich mache das wie gesagt zum meistens zum ersten mal weil ich ja vorher noch nicht große erfahrung daran hatte aber wer nicht wagt der nicht gewinnt oder besser gesagt ausprobieren hilft na gut leute ich will euch nicht viel viel länger auf den pist gehen deswegen ab ja ich sag mal jetzt nicht ab morgen aber auf jeden fall bis ende der woche sind wieder let's place da und danach die die folgende woche gucke ich mal was so geht wie die schuldigt wie die weiteren pläne dann aussehen und wie ich alles auf die reihe kriege deswegen solche formate gerade die blogs und halt was ich so in letzter zeit gemacht habe kann ich euch ja auch öfter mal so um die ohren hauen wenn euch das so gefällt und dann ja würde ich sagen haue ich euch hier mal noch den trailer zu chappie rein weil das ding ist echt genial guckt euch das auf jeden fall an ein der empfehlenswerten ist ein film mit die in letzter zeit rausgekommen sind und ich wünsche euch einfach dann weiter viel spaß auf meinen channel bis dahin euer führer rp ciao bis dahin euer führer rp 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020